Hi, ich bin Kerstin, ich bin Designerin, DIY-Expertin und Mama und ich freue mich, dass du da bist. Eigentlich designe ich DIY-Vorlagen für Papiergeschenke, aber in Wirklichkeit helfe ich dir dabei, glückliche Momente mit deinen Liebsten zu schenken. Wie du dieses kleine Geschenk jetzt selber machen kannst, das siehst du jetzt im Video. Wenn du noch weitere Ideen hast, dann schreib mir das gerne unten in die Kommentare rein und ich freue mich immer auf Feedback und dann würde ich sagen, viel Spaß beim Basteln und beim Verschenken. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.